Hallo und herzlich willkommen bei Tides Stadtmagazin Hamburg immer anders. Es ist wieder soweit. In der nächsten knappen halben Stunde erwartet euch ein bunter Strauß an spannenden Themen rund um die schönste Stadt der Welt. Also sammelt euch, macht euch bereit und besinnt euch eurer kaum zu fassenden Vorfreude, denn hier gibt's wie immer vorab schon mal einen kurzen Themenüberblick. Bis gleich. Der Verein Wohnmodell Krietenberg musste nach fast 30 Jahren aus seinem Haus ausziehen. Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Die Hamburger Landessieger bekommen ihre Preise. Finanzielle Kürzung. Der Verein Jugend in Arbeit steht vor dem Aus. Wie wurde die Flora rot und wie lange wird sie erst noch bleiben? Das ist heute Abend ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Títung. compliments. I also regionally I dedicated but métier.